Hallo zum Clip des Tages heute am 13. Mai 2021. Allerdings gilt das Augenmerk nicht dem Pixi heute, sondern einem anderen Objekt. Das ist nämlich genau gegenüber. Hier entsteht nämlich ein neuer Möbelmarkt. Mega-Furniture-Markt. Nicht zu verwechseln mit Fun-Markt. Die Kante hier an der Zukunft sieht, direkt hinter der Partei Teilkreuzung.